Er hat ja ein bisschen eine andere Form von Krebs, deshalb wollte ich ihm einfach nur ein bisschen Beistand ausdrücken. Ich glaube, ich kenne ihn vom Platz. Er ist ein unfassbarer Kämpfer. Ich glaube, das wird er auch überwinden. Die Prognosen sind ja sehr, sehr gut. Deshalb wird es auch für ihn eine harte Zeit, denke ich. Es wird einige Monate dauern. Aber ich glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe auf dem Platz, wird er schneller zurück sein, als wir alle denken. Und dann freue ich mich, wenn er wieder da ist, wenn er wieder sein altes Leben zurück hat. Dafür drücke ich ihm alle Daumen. Ich glaube, es gibt genug Beispiele, wie es funktionieren kann. Das ist immer so eine Geschichte. Aber wie gesagt, ich drücke ihm einfach die Daumen und bin da fest überzeugt, dass er schnellstmöglich wieder gesund ist.